...ist ein Geist aus dem Jenseits hier. Oh mein Gott, Philipp, hier ist wirklich ein Geist! Arnie ist gut. Jetzt mach doch mal so! Oh mein Gott! Hast du das Glück, dass ich jetzt komm und sagen soll? So nie, dann bin ich über den Vorgang. Jetzt versuche ich mal sexisch zu gucken. Wir wollen das! Dich hätte ich beim Spielen noch locker.